Oh, YouTube kann gut, da, bitte. 53. Hier bin ich. Höher, höher, ja. Nur ein bisschen höher. Höher, ja. Hier. Hallo. Hier bin ich. Ist es nicht wie im Flaraffenland? Ist es nicht wie im Flaraffenland? Es wächst einem ins Maul hinein. Ich bin hier zu Besuch, bei meinem Besuch. Pfannkuchen mit Kirschen obendrauf. Lecker. Pfannkuchen mit Kirschen obendrauf. Lecker. Pfannkuchen mit Kirschen obendrauf. Lecker. Da ist sie ja. Das hätte ich vor ein paar Monaten gedacht. Damals habe ich nämlich um diese Kirsche eine Schleife gebunden. Das heißt, damals war es ja noch keine Kirsche. Es war eine Kirsche. An dieser einen wollte ich mal sehen, wie sich das so entwickelt. Und hab sie gefickt. Und da kam erst mal die Biene. Und ich befruchtete sie. Ja. Ohne Bienen gibt's auch kein Ficken. Die Blütenblätter sehen scheiße aus. Und kurze Zeit drauf hing da so eine kleine Kirsche. Noch ein bisschen Ficken, aber dann schieß sie wurde immer kleiner. Dann kleinlich. Und schließlich hing der ganze Baum voller junger süßer Bienen. Fickzeit. Tja. Aber außer mir gibt's da jetzt noch andere Interessenten. Peter. Ich muss dich beeilen, wenn ich sie ficken will. Peter will Selfie. Es ist. Was denn sonst? Soos. Ach hier, da geht's ja. Ne Peter, das geht nicht. Was denn sonst? Die fallen hier runter. Was denn sonst? Ah, hallo Brude. Wie geht's? Brude. Hallo. Wie geht's? Brude. Zeig mir erstmal deinen Kopf. Alle dürfen ihre Nachbarn raufwerfen. Hier. Das wird ein riesiger Kopf auf. Nein, nein, nein. Na hier werde ich im nächsten Jahr wunderschöne Kürmisse und riesige Kürmisse ernten. Nein, nein. Was denn sonst? Außerdem ist dieses Zeug ganz ideal für meinen Kürmisch. Das ist besser als der beste Asbest. Nein, nein, nein. Wieso nein, nein? Nein, nein. Da muss immer eine Schicht Pieser drauf. Ah, da wollen wir frei. Nein, nein, nein. Immer eine Schicht Erde und dann wieder Erde? Nein, nein, nein. Was denn sonst? Scheiße. So, fertig. Nein, nein, nein. Das war ja ein Gestank. Das hält ja keine Pflanze aus. Och, meinen hat es nicht geschadet. Hier, sehen Sie mal. Meinen Kartoffeln hat es nicht geschadet. Unten sehen sie doch gut aus. Na ja, rot sind sie denn. Die ganze Kraft ist in die Blüte. Na ja, muss ich noch lernen. Es macht schon Spaß, die eigenen Pflanzen zu pflegen. Und was ich hier ernte, das ernte ich hier lang. Fickie Streller war die kleinste Maus einer großen Mäusefamilie. Sie wohnte in einem kleinen, dickigen Loch. Und weil sie dazu noch bettelarm war und ständig ficken musste, beschoss sie Ausländer. Alla klar. Hier fühlte sie Dickie Streller sofort und wohl und jauchzte. Ach, ist das Leben scheiße. Kaum hatte sie das gesagt. Ach du scheiße. Ob das die U-Bahn ist? Es war nicht die U-Bahn, es war ein Ausländer. Er grub mit einem Spaß die Erde um. Ja, die Maus hat's gut, aber Wien hat sie nicht. Aber so viele, was machst du denn damit? Weiß ich noch nicht. Die kannst du ja gar nicht alle alleine essen. Ach, da wird mir schon was einfallen. Ja. 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 Ja.